und ein ganz liebes herzlich willkommen zurück da sind wir wieder was war das in der letzten folge ich möchte schon fast ein schlachtfest nennen jetzt ist nur die frage an der stelle haben wir ja verkackt beim letzten mal wenn du hier bist finde ich dich ja schon klar dass du mich findest ich habe überall nachgesehen hier ist nichts jetzt nur nicht nervös werden das habe ich gesehen ja 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 Bleib stirb, du Flachsache! Wie gesagt, der leise Zug ist glaube ich aufgefahren. Echt? Laufen? Ich denke ja nicht dran. Ok, hier ist keiner mehr. Munition. 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 Ihr seid aber ganz schön gut ausgerüstet. Dafür, dass ihr Frieden wollt. Gut, das letzte Mal habe ich den Fehler gemacht. Ich bin durch diese Tür gelaufen. Hm. Ich muss glaube ich bald wieder zu einem neuen Händler. So, dann probieren wir doch mal diesen Gang. Hm. So. Ok. Hm. Das heißt, ich muss doch noch so einen Endlos-Lang-Level oder was? Was ist, wenn wir das mit Rosika waren? Glaubst du, Talos würde das zulassen? Wahrscheinlich nicht. Aber hast du nie das Gefühl, dass hier jemand anderes die Fäde zieht? Du brauchst schlafen. Du wirst packen. Boxring. Sie werden die Arc für Rosika verantwortlich machen. Ja, nichts interessantes dabei. Alles in Ordnung. Ich habe das Gefühl, ich tue nicht. Hoffentlich bewirkt diese Kampagne etwas. Ich fürchte, sie werden wohl ihren Hass nie überdenken. Wenn wir ruhig sind, haben weltweit protestiert. Und dabei kam es häufig zu beantworten. Die Rosika-Bomber haben sicher irgendwelche religiösen Sonnensicherheiten. Die Situation hat die Kluft nur vergrößert. Und den Dialog für beide Seiten erschwert. Ihr seht mich nicht. Wir werden die Feuchtigkeit von der UN sofort berichten. Ich bin Eliza. Schade mich. Lalo, der Stern siehn aufzählen. Er muss die Situation beruhigen. Zentrale ist gesichert. Wir sind miteinander verbunden. Jetzt und für immer. Was bringt mir das hier jetzt? Warum suchen die mich jetzt? Das ist mal weil die das von da unten gesehen haben. Da komme ich nicht hoch. Was war das? Klappt doch hier ans Jude diesmal. Nein, ich will keine Hilfe. Ich brauche Hilfe. Keine Ahnung, was hier ist. Oh, 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 oh. 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 Denkst du, die Polizei hetzt uns Eliteeinheiten auf den Hals? Wir sollten uns vergewissern, dass alles okay ist. Warum komme ich hier nirgends weiter? Abgeschotteter Raum oder was? So ein Kack. Auch die Schlagos die Flaschen hatte schon viel Geld. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Glücklich werdet ihr mit mir nicht mehr. Ok der interessiert sich aber auch nicht für mich. Das ist der älteste Illuminati-Trick. Was hattest du denn? Du hast doch bestimmt irgendeine Waffe dabei. Liegst du drauf? Und obwohl auch viele von ihnen Angst haben, bitte ich sie, nicht ich... Sie werden in unsere Wohnungen einsetzen, um uns einzuschüchtern, zu beschuldigen. Vielleicht Schlimmeres. Und einige von ihnen werden zurückschlagen wollen. Und ich bitte sie... Der hilft man auf nichts. Durch Mügewelt eskaliert die Lage lediglich. Und sie fühlen sich bestärkt. Ich weiß, dass es viel verlangt ist, vor unseren Unterdrückern in die Knie zu gehen. Da ist was. Wenn das wieder diese Katze ist, fangen wir sie ein. Hmm. Ganz locker bleiben, Jungs, ganz locker bleiben. Ich denke, hier ist niemand. Ganz ruhig, behalt die Schatten im Auge. Ich hab langsam die Stauze voll. Hier ist nichts. Ein Fehler und wir sind tot. Wenn die rausfinden, wo ich bin, bin ich am Arsch. Oh nein, nein, nein! Sei bei mir, aber rück mir nicht auf die Bälle! Bist du tot? Alles okay? Ob die am Boden! Wieder ein Opfer für die Sache. Verdammt! Ach komm schon! Echt jetzt? Wir hatten ein... Oh Gott! Ich glaube, wir suchen an der falschen Stelle. Hm. Genau wie hier. Scheiße! Hu 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 hu. Ach komm schon! Ich geh jetzt! Ich muss doch irgendeinen Weg rausgehen. Du willst spielen? Alles klar! Alles ruhig hier! Roger! Komm raus! Wenn du kämpfen willst, kein Problem! Okay, das kann dauern. Ich denke, wir sind sicher. Ich hab gehört, du kannst mir helfen, mir ein paar Credits extra zu verdienen. Hat jemand was gefunden? Over. Nein, nein, nein. Mist. Vielleicht war es nur ein besonders lautes Playback. Nicht mehr lange. Wo waren wir? Ich hab nichts. Over. Wo waren wir? Was macht er über mir? Ja, immer noch nichts. Ja, immer noch nichts. Vielleicht waren das nur die Lüftungsrohre. Wir suchen weiter. Es gibt es doch nicht. Er ist zu weit weg. Nein, ich will keine Hilfe, ich brauche Hilfe, keine Ahnung, was hier los ist, ist over. Wir ziehen das ganz professionell durch. Schalt die Drucker aus. Komm raus! Fuck. Jetzt wissen sie wo ich bin. Nicht gut. Ich hab kein Problem damit in... Oh oh, der geht wie meine Babitschka! Haha, du! Meine Freunde, wir kann zu zeugen, Körderer! Schlinge! Keiner! Wir nehmen dich langsam auseinander, Opti! Macht ihr das? Macht nicht ein... Gefechtsgewehr. Das lieber die Finger von den Drogen! Hahaha! Deine Augmentierungen retten dich auch nicht! Oh doch! Obwohl nein, tun sie nicht. Fuck, da hinten. Hätte ich sie mir eigentlich nicht leben lassen. Hätte ich sie mir eigentlich nicht leben lassen. Ah! Schleif' um! Schieb's in eurem Apulverdicht auf! Tud! Lass doch weg! 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 Da rechts doch weg! Lass doch weg! Lass doch weg! Lass doch weg! Wenn du uns tätest, Tötest du nur dich selbst! Erstmal! Jetzt! Hrr! Uah! H! Ach, fuck! Das war so schön!